Wenn ich so ein Notizbuch exportieren möchte, gehe ich mit der rechten Maustaste drauf und dann sollte eigentlich so ein Fenster erscheinen, das tut es manchmal nicht und der Trick ist, erst mal auf Englisch umschalten. Also da muss ich hier diesen Balken nach unten ziehen und dann erscheint hier Sprache ändern und wenn ich das mache auf Englisch und wenn ich dann nochmal hier auf die rechte Maustaste, dann erscheint das was ich will, Export Notebook. Manchmal geht es auch im Deutschen, aber manchmal muss man diesen Englisch Trick machen und dann ist alles so wie man will, dann erscheint hier Export als ZIP Datei, kann man sich aussuchen wo ich es hin haben möchte und habe mein Notizbuch wirklich schön auf der Festplatte.